Haken Cerno ist wahrscheinlicher als ein Starry. Cerno ist größer. Ja, aber in Cernodille, also... in Cernodille. Naja, okay, das ist crazy. In Stadt, nach dem Moment. Ich will nun Heli. Aber dann müssen wir den erst mal reparieren, das heißt... gleich wegfliegen ist nicht. Volltanken werde ich Ihnen garantiert nicht. Ich schau. Na, man muss ihn ja nicht volltanken. Ich meine, mit einem halben Tank kommt sie auch schon sauweit. Das Ding zieht sau viel Sprech. Ne, ne, also ich habe jetzt hier bei den guten Peetsmeet geguckt, die haben jetzt vor kurzem... Ich glaube, für einen halben Tank brauchst du... 20 oder 30 Kilometer. Der Zombie ist immer ein Alter, komm ey. Wenn nicht sogar mehr. Natürlich schlug der viel, aber wenn du den etwa halb vollgetankt hast, dann kommst du mit dem sauweit. Aber ganz ehrlich, Fabio, du brauchst richtig viel, um überhaupt so einen Hubschrauber zu reparieren. Du brauchst richtig viele Teile. Rotor, Scrap Metal, Heck Rotor brauchst noch einen Motor Du brauchst ja auch noch mehrere Scrap Metal. Du brauchst nicht nur einen. Ja, bei dem schon. Ja, weiß ich ja. Aber ich mein, man setzt sich ja zielbar. Und ich will jetzt endlich mal ein Heli haben. Ach, wir haben noch mehr zu uns. Komm, leck mir nicht. Ich sag nur, wenn der nächste Hackerangriff ist, dann kriegst du dein Heli. Ja, Alex kennt sich da mit dem Hackerangriff. Ja, so ein Hacker hinter uns auf immer so drei Helis. Der aber Tolgo und ich hatten schon die Helis hinten ans Häftlinge und darf uns schießen. Oh, ich muss mal eben was trinken. Mein Hals. So, wir stehen bei allen. Alle stehen mit einer PDW und einer Hacker auf dem Rücken. Was? PDW? Und Fabio ist der ganze alleine mit seiner Hackerangriff. Er tanzt aus der Reihe. Ach ja, wir sind jetzt drei Sniperl, oder? Ja. Eigentlich bräuchten wir jetzt nur noch einen Gilles Suit. Dann wären wir offiziell Oh ja. So, lass mich raten. Ich laufe bereits ein bisschen hinter mir her. Ach, nur zwei. Gut. Das ist Starizobo. Was? Willkommen in Starizobo. Dann würde ich sagen, dann... Hallo. Ich nehm auf, ja. Freunde. Ja? Passen. Scheiß Hallo Freunde. Woher kenn ich das, Alter? Learn to Let's Play. Hä? Das ist TV Total. Hallo Freunde. Ne. Das ist Teufo. Das ist Teufo. Hallo... Ne. Hallo Leute. Von was? Hallo Leute. Schlimmer. Wir laufen ja zu den Zelten, oder? Huch. Wir gehen ja erstmal zum... Hier so... Ich weiß gar nicht, wo die Zelte sind. Ich laufe grad zum Supermarkt. Ja, ich hab die markiert. Die sind so ein bisschen so... Eben in der roten Halle, ne? Dahinter sind die. Ich laufe grad dahin. Ich will fahren. Apropos, da könnte ein Auto stehen. Oder vielleicht. Ja, da steht hier unser schönes Auto, was... Was demolierte? Schöne blaue, was... Heiler aus. Die aber nicht fahrbar ist. Weißt du, da steht ja... Da spawnt ja das Auto. Und nebendran ist noch so ein zerschossenes Auto, ne? Dieses blaue da meinst du, ne? Ja eben. Warum kann man das nicht fahren? Das ist... Ja, ich meine es ist nur zerschossen und hat alle Räder, also ehrlich. Ja, und sieht halt aus eigentlich. Ja, eben. Aber nein. Warum sollte man das denn... Ja, gell, die haben hier entlamotten müssen. Alter, was? Alter. Gut, die Zombies sind weg, sagt mich mal kurz aus, weil ich muss mal... Ab... Alter, die Zombies sind los. Ja. Lol. Alter, hab ich ne Gela-Aussicht. Zeig ich euch, aber... Yes. Kurz weg. Also, hier liegt vieles... Hier liegt viel Zeug. Habe ich mich jetzt commuted? Nein. Auch Waffen? Ich hab ne Ahnung. Äh, ich glaub eine Waffe liegt... Ne, nicht eine. Ich schieße. Lol. Hilfe! 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 Was? Hilfe! Zu viele! Zu viele! Zu viele! Schieß doch einfach, Alter! Ja! Alter! Nimm deine scheiß M4 raus, denn. Alter, das sind fünf Stück! Sechs, sieben... Ach, da kommen mehr! Alter, Hilfe! Gott! Ich werd gleich bewusstlos! Äh! Ich muss mich bandag... Lol. Ich wollt grad sagen warum... Sind sie weg? Sind sie weg? Alles ok? Ich muss mich bandagieren. Ja, komm, dieser Tobe-Zong. Ich... Ja, ich deck dich. Mach schnell. Ah! Okay? Ja. Was hat's? Huah! Meine Fresse! Huah! Alter Schwede. Jetzt... Wär's vielleicht ganz gut, wenn mir jemand von euch ein Bloodback geben könnte. LOLL! LOL! Was? Was? Ist egal! Da stand irgendwie... Irgendwie hat sich da ein Zombie reingepackt. Äh, Bloodback? Sagste? Ja. Ja. Warte, geh mal hier rein. Ich rüste aus und so. Ähm. Was ist denn? Achso. G17. Oder? Alter! Wo kommt dieser dreckige Zombie her? Ja. So, warte, Fabi, ich geb dir grad noch eine Transpension. Okay. So, Fabi. Also, in dem vorderen Zelt liegt... Sonnberg. Dankeschön. Dankeschön. Ähm. Wie viele Bloodbacks hast du noch? Oh. Ich hab noch fünf. Fünf?! Ich hab noch zwei. Ich hab keine... Ja, ihr guckt doch mal im Rucksack nach. Noch so ein paar Sachen. Achso, dann ist okay. Wollt ihr mal was in die Luft sprengen? In den Shop oder sowas? Glaub ich ein AKM-Magazin dabei. Also, also ich würd sehr gerne mal sehen, wie das hochgeht. Ehrlich? Alter, wie... Wie die Zombies immer wieder Nase bohren an den Zelten? Hm. Ich hab grad ein anderes Wort verstanden. Ich hab verstanden. Nase bohren. Nase bohren. Ja. Wie sie... Wie sie im Zelt immer in der Nase bohren. Ey. Find ich echt schlimm, ey. Wer hat noch keine Zweizwaffe liegt in den G17? In G17? Ja, wer will. Kann sich bedienen. Obwohl, G17 Magazin nicht. Also, ich würd sagen, wir gehen jetzt zum Laden rein. Ich setz die Bombe und wir laufen weg. Muss man die Bombe setzen oder werfen? Warum ist das Auto hier nicht? Man muss sie setzen. Dann wie lange haben wir Zeit? Du, äh, man... Man kann Zeitsinner machen. Man kann aber auch, ähm... Ich schiebe Hanzen. Ich schiebe Hanzen. Nein. Wo seid'n ihr alle? Lol, warum droppt der dann immer die falschen Magazine? Ey, verarsch mich doch nicht. Es kommt einfach, lol. Uah! Na, guck. Kein Bock mehr. Wo seid'n ihr denn? Lass zum Shop rennen. Warte? Wo seid'n ihr? Ach, da. Also, ich bin jetzt hier noch bei den Silo-Zelten. Wo seid ihr denn? Ja, hier so draußen. Da, wo das Auto ist geworden. Unseren lieben Helden sehe ich nur. Da hinten. Hey! Hey, du Pussy! Da! Lol. Ja, ich muss ja mal auf... Da sind ja wieder so'n paar Fans. Ja, immer diesen... Abonnenten da. Immer diese Abonnenten. Das Auto kann man nicht reparieren hier. Das... Das... Blaue? Hellblaue? Weißt du was? Leider nein. Es ist immer so schön aus, aber nein. Wir dürfen leider nicht. Das ist uns nicht bestattet. Mann, Mann. Ja. Ich weiß auch nicht wieso. Ganz ehrlich, ne? Während der Aufnahme ist es wirklich... Der FPS hast du, Fabi. Jetzt gerade habe ich 22. Ja, okay. Ich komme auf 24, wenn's regnet. Der zieht wirklich ein bisschen der Regen. Komm gerade auf 21. Der sich auf den Boden guckt. 24. Äh, Mike. Nicht, dass du jetzt gebannt fährst. Das ist ja schon scheiße. Junge. Man kann gebannt werden, wenn man den Scheiß mal hinlegt. Oh, du leckst jene Sau. Ja. Ist aber ja lecker. Okay, ein bisschen extrem. Ja. Kleiner lecker. Lecker lecker. Äh, Supermarkt? Ja. Ja, wäre... Kleines Schnittchen. Alter, du bist so ne Schwuchtel, ne? Kein Schwuchtel. Ja, ich dich auch lieb. Aber jetzt mache ich erstmal ne Pause. Mit Pickup. Na, okay. Wir machen ja keine Werbung. Da ist. So. Ja, 3. Ja. Ja. Und ist da was im Aufermarkt. Ach so, ja, nur so ein paar Zombies. Traum ist auf die Leute. Nein, das hat ne Mütze leider gestockt. Alter, auch. Geht weg. Barbie, kannst du das übernehmen? Weil du hast die stärkste Waffe. Ich sitze. Ja, aber dort. Ey, Wut. Wir haben keinen Bock. Alter, wie viele. Barbie. Wir wollen uns alle. Ja, wir haben uns. 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 LOL. Warte, nicht. Ich werde angegriffen. Ich muss raus. Scheiße. Wow, 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 wow. Das sind so... Jetzt kommen die Leute von hinten hier, oder was? Alter, wo bin ich denn hinten wieder mit? Boah. Junge, mach ich mir doch nicht durch die... Schusslinie, mei. Der hat Pech gehabt, wenn ich weg muss. Der ganzen Zombie mich durch die Wand schlägt. Weißt du, ich bin nicht in Booster gelandet. Hahaha. Oh, schön. Wie alle schießen, ey. Die ist da nicht. So, lass mich raten. Fünf für noch was? Vier, vier. Immer noch. Wo bin ich denn? Ich hab mich doch da unten ausgelockt. Äh, schluss mal was jetzt noch mal. Äh, Leute, Flöße setzen? Nicht wundern, wenn's gleich mal knallt oder so. Oder hier ist ne Mücke in meinem Zimmer. Irgendwo. Ach so, was hast du denn alles nicht? Das ist eine ganz schön Konsequenz. Ey, komm, wenn die zu. Wenn... Er hat mich gebrochen, das Scheiß. Wie wusste die? Das wär so genial. Alter. Habt ihr die Essential Shards gebracht? Äh. Ne, noch nicht. Ich warte ja auf, dass ihr bereit seid. Ach so, wie? 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 Ja. Das würde ich erst dann machen, wenn wir ja alle raus sind. Ja, ne, ich frag mich mal nur. Nicht, dass es einfach so ein T-Bomb-Timer ist oder sowas. Das wär das geilste, wenn wir alle rauf... Raus, 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 komm. Okay, okay, okay. Ich hab nicht verpackt mehr. Aber ich will die Explosion sehen. Loll. Ja, sag, sag an, sag an. Wann geht die denn hoch? Ja, ich... Ich zünd sie dann per Hand. Ach so. Ach so. Ja, dann mach doch. Ne, doch nicht. Ich hab's keine Bock, dass wir jetzt hier weglaufen. Und im Hintergrund das nur sehen, dann... will ich wenigstens kurz da oben das sehen. Seid ihr bereit? Ich weiß gar nicht, ob man die von so weit... Ja, ja, mach. Warte. Nimm mal vor mich. LOLL! LOLL! Alter! 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 Alter, das war gar nicht schreitig. Der Supermacht ist schreitig. Der Supermacht ist schreitig. Hammergeil! Ey, das war richtig geil, wenn der jetzt... Ey, wenn der jetzt... Der Supermacht steht doch zur Hälfte bei mir. Also, steht ja auch. Die linke Seite ist... Alter, wie ge... Ach, die Gebäude können kaputt gehen? Das wusste ich gar nicht. Na klar gehen die kaputt. Alter! Ne, ich wusste gar nicht, dass der Sie schon so weit ist. Doch, doch, das ist es. Ey, das ist doch AMA2 Angel. Ach so. Äh... In AMA2 kann alles kaputt gehen. Lololol. Ey, hammergeil. Hahaha. Also, bitte, was ist hier die Hälfte noch, Heile? Hier ist alles Schrott. Ey, wenn jetzt hier Spieler kommen und das sehen, dann denken die... Oh Gott. Ey, was soll man jetzt machen? Wir haben ein paar Zombies hinter uns. Ich sitze hier mittendrinne. Oh fuck, die könnt hier drinnen rennen, ne? Echt? Ja, das ist ja nicht mein richtiges Poil jetzt. Sieht's ja echt viel an. Schöne Aufklärung. Hallo, sag jemand wohin. Also, so sieht Aldi... So Aldi aus. Er fehlt. Aldi Nord. Aldi Nord. Ja, ich würd auch sagen, er fehlt. NOL! Alter! Ich wollte euch auch wieder packen, das Poil. Ich glaub, die Decke ist grad wieder gekommen. Ha 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 ha! Mariert hier ey, waren sie fleißig. Ach na... Sollt die mal raussehen bevor ihr... Wo, wo, wo seid denn jetzt? Ähh... Auf der Straße nochmal. Oh Gott, raus hier. Ah ha ha ha. Guck, wie viele? Oh, der Witz ey, das ist ja fett. Seht ihr mich? Achso, ja genau. Siehst mich. Wo ist der vierte? Ey, wo seid denn ihr? Der vierte ist Fabi. Lass ihn sterben. Wir müssen ihn zurücklassen. Fabi, tut mir leid, aber du darfst den Supermarktkunden. Im Supermarktkunden ist doch lustig. Hallo, was ist alles? Ja, wir laufen jetzt zum Erfield, Kollege. Sollten wir die Zombies nicht schüllen? Wer fehlt? Welchen dem Nord, äh, hier, westlich? Ich sollte nicht auf... Blut... Wo kommt der Zombie denn schon wieder her? Auf dem Jenseits, dein Arme. Alter, ich hätte so gerne hier drei oder vier Bomben gehabt, ne? Huuuh! Das wäre so genial. Hauptsache, Fabi läuft erstmal. LOL! Oh Gott, der hat mich. Ne, wo ist Fabi eigentlich? Fabi ist hinter uns. Sollten wir die nicht töten? Ja, Fabi, dann töte sie bitte. Ja, das sind ja auch nicht viele. Viele? Oh! Ey, lass ihn ein bisschen ablenken. Äh... Äh... Ja, ja, wir müssen... Verschwinden lassen. Du musst gar nicht mehr zu sagen, Leute. Wir sind ein bisschen durch, Leute. Ich verliere ihn schon. Wo ist der Weg, Zombie? Abhängen war das auch nach sich so gut, genau. Abhängen. Ja, ja. Du bist auch so ein Abhängiger. Hat jemand die Stelle schon markiert vorbein wollen? Nö. Äh... Ach ja, übrigens wollte Marc zu Starry Sobor kommen, ne? Ja, soll er zum Erfing laufen. Äh... Äh... Marc, wo bist du gerade? Äh... Mich bandagieren. Warte... Ich bin grad... Anmogilekta vorbei. Äh... 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 Ich glaub das war's, oder? Ne, noch einer. Noch zwei oder mich? Weiß nicht. Nächste nicht. Einer. Gabi, schießen. Warte, ich markier mal, ne? Warte, ich markier mal, ne? Und trepp... Warte, ich markier mal, ne? Äh... Okay, 2,1 Kilometer. Nur noch? Ja, eigentlich. Eigentlich. Eigentlich brauchst du auch nur noch... Na... 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 Äh... Äh, Marc, wo bist denn du gerade? Ja, das geht. Nochmal. Mogi Levka vorbei. Ich hoffe, Mann, ne? Wenn da jetzt natürlich unser, äh... V35... V3S oder V35 da steht. Leute, nochmal, wo bist du? Mo... 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 Drei Kilometer noch. Sorry. Wir haben Fabi da hinten vergessen. Pfff. Soll hinterherlaufen. Hahaha. 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 Ach, Fabi. Bisschen... Bisschen Sport tut ihm gut. Ja, schieß. Ja, schieß. Ab der Weg ist auch in unser, ne? Ja, ich darf in unser, ne? Ehm, er sei auch so abgegangen. Das müsst ihr ja jetzt nochmal schaffen. Ja, genau. Er schießt sie auf uns. Als wenn ich noch einen Bruch bekomme. Ich bin noch. So ein Schieß, das ist der Hecke. Jedes Mal, wenn jemand schießt, denke ich immer, scheiße. Äh, der Server ist auch zu. Was soll denn hier passieren? Äh, der hat zum Mal, weil der Server auch zu. Alex. Erinnerst du dich?